Unsere Krane zeichnen sich dadurch aus, dass wir sehr prozesssichere Krane mit hoher Verfügbarkeit liefern, die eine hohe Sicherheit bieten für das Bedienpersonal und auch für die Arbeitsumgebung drumherum. Wir haben ein modulares System entwickelt mit Siemens-Komponenten, was unseren Kunden ermöglicht, dort Stück für Stück die Automatisierung zu erweitern und den Automatisierungsgrad zu erhöhen. Wir sind seit 2005 Siemens-Solution-Partner und sind auch ein kleines bisschen stolz darauf, dass wir die ersten Solution-Partner für Cranes in Deutschland waren. Bei den 1500er SPSen haben wir den Vorteil, dass wir durchgängig die Visualisierung, die Softwareentwicklung und auch die Dokumentation in einem Programm verwalten können, macht unser Engineering um mindestens 20 Prozent effizienter. Wir sind schneller, wir können besser standardisieren. Wir haben Bausteine, die wir auch in anderen Programmen weiterverwenden können. Also für uns ist das ein Riesenfortschritt. Und unsere Krane sind auf dem Weg dazu, Großraumroboter zu werden. Also der Trend zur Automatisierung geht ganz klar in die Richtung, dass die Krananlagen vollautomatisch fahren und betrieben werden können und auch in Zukunft in einem Arbeitsraum mit Menschen interagieren können.